Das ist die schnellste Daiton GT R394 3 Zoll Drohne. Die aktuelle Version hat den Runcam Video Sender oben auf dem Stack drauf mit einer linearen Antenne. Die Haube ist aus einem transparenten Kunststoff, dabei liegen zwei Ersatzhauben bei. Nur ein Satz Genfen 3052 Propeller ist dabei. Ausserdem ein zweites Lipo, Silikon Pad, Klettband, Buzzer und ein paar Ersatzteile. Eingebaut ist ein F4 Flugcontroller mit blauen Vibrationsdämpfer und ein 48A ESC Sport. Ich fliege den 3 Zoll Racer mit 4S Akku, meine Fatshark HDO Brille und dem Taranis X9D Sender. Vorne sitzt die gute Runcam Micro Swift CCD FPV Kamera mit dem echt guten Runcam Video Sender. Die lineare Antenne habe ich gegen eine Lollipop 2 Antenne getauscht. Ich muss aber zugeben, dass die lineare Antenne auf kurzer Distanz gut funktioniert. Mamba 1408 Motoren mit 4000KV sind eingebaut. Für den ersten Flug verwende ich nur einen 3S Amaxino Akku. Und sogar mit 3S ist die 3 Zoll Drohne schon schnell unterwegs. Ich empfehle aber 4S Akku mit mindestens 850mAh und 70C zu nehmen, dann hat man genug Reserven für Vollgas. Die 3 Zoll Drohne fliegt schon sehr gut, obwohl ich nichts unter Betafry verändern musste. Lediglich habe ich einen RXSR Empfänger angesteckt und die Schalter eingesteckt. Und die DITON fliegt klasse, eine super schnelle 3 Zoll Drohne vor allem mit einem 4S Lipo Akku. Anfangs störte mich die transparente Kunststoffhaube aber dadurch wiegt der 3 Zoll Racer etwas weniger als 250 Gramm und das ist noch erlaubt wenn man alleine FPV fliegen möchte. Und das ganze mit einem guten 4S 850Mah Tattoo R-Line Akku. Die Drohne reagiert schnell, fliegt so wie man es erwartet und nichts vibriert. Die Gemfan Propeller finde ich sehr gut. Das FPV Bild ist klasse und das mit dem einfachen Runcam TX200 Video Sender der jetzt auf 25mW läuft und per OSD Anzeige einstellbar ist. Man spürt so richtig die Beschleunigung mit der DITON Drohne. Es macht richtig Spass schnell als auch langsam über den Boden zu fliegen. Alles in einem super gelungen 3 Zoll Drohne von DITON die ich jedem empfehlen kann. Sie ist wirklich eine der schnellsten die ich geflogen bin. Beim Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.